Präsentationsmappen eignen sich perfekt als Pressemappe oder um ihre Angebote wirkungsvoll vorzustellen. Die Auswahl an Papieren und Veredelungen ist hier besonders groß, damit Sie immer das passende Produkt finden. Sie können die Mappen mit oder ohne Klappen und mit verschiedenen Füllhöhen bestellen. Dazu kommen weitere Optionen wie Visitenkartenschlitze oder Dreieckstaschen und Heftertechnik zum Einkleben. Damit Ihnen die Erstellung der Druckdaten leicht fällt, bieten wir Ihnen Stanzformen für die verschiedenen Präsentationsmappen zum Download an.